Wer bist du? Ich bin die Kleiner Lisa, bin 20 Jahre alt und komme aus Mieterkirchen. Josef Nisselmerer. Hallo, ich bin Christoph Leckenhofer, ich bin Ludwig Brodesser, bin 31 Jahre alt. Was machst du beruflich? Ich arbeite derzeit im Büro und habe vorher die HLW im Vergangenheit absolviert. Ich bin bei der Fahrzeugkollegnade. Ich bin Anlagtechniker in der Vösterreich-Bühne. Ich arbeite als IT-Systemtechniker bei der Firma Merkens in Schwertberg. Was motiviert dich, bei Wilhelm Mieterkirchen dabei zu sein? Mich motiviert, dass ich als junger Mensch in Mieterkirchen einfach mitwirken kann. Ich bin schon lange dabei und weil einfach die Ehrlichkeit da noch ein bisschen ist für mich. Ich sehe das einfach. Da wird mehr für die Arbeit getan, als für den Umfeld bei den anderen Parteien. Es ist einfach eine lässige Partie jetzt bei uns. Und der Daniel war schon immer einer, der an die Furt aus der Stelle gestanden ist und einfach Ideen gehabt hat, dass man etwas Neues macht. Und darum bin ich da hinterher und stütze quasi im Rücken am Ende. Ich will einfach dabei sein, weil ich mit der Kirche ein frischer Wind einkehrt. Warum unterstützt du in Daniel Podesser als Bürgermeisterkandidat für die Kirche? Ich unterstütze den Daniel Podesser als Bürgermeisterkandidat, weil ich einfach der Meinung bin, dass ein junger Bürgermeister in die Gemeinde gehört. Und ich will gute Sachen sagen, bei der Partei würde ich gerne oder beim Vorsitzenden, ich bin gerne wieder dabei. Ja, er ist einfach eine treibende Kraft und er wird auch sicher in der Kirche seinen Weg gehen. Und darum stehe ich da hinter ihm und würde ihn auch unter Dorn greifen und mich auf ihn. Weil ihr, wie es zeigt wird, so gut und wer dann den Bruder ist. Geschichte Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020